Das sehen Sie jetzt mit dem L'Ochille Marching Drill-Team. Live begleitet werden die Ladies der New Zealand Army Band, die später noch ihren Solo-Auftritt hat. Jetzt konzentrieren wir uns aber auf das Marching Drill-Team. Und konzentrieren müssen sich die jungen Damen natürlich auch. Das heisst, zentimetergenau laufen, damit es keine Zusammenstösse gibt. Die Challengeublik mods 1550-2017 Das sind zurzeit, in der wir jetzt nicht nachgültig werden. Das ist ein Zeug, der Sie sich ja zogen, ein sehr vieles Geräuschen sagen, der Sie selbst nehmen und aus dem Diensten. Das sind die樹 zuerst. Allerdings etwas mehr gemacht. Sie sind vor allem, dass Sie die Jungen in der Gesellschaft werden, Sie sollten sich nicht zuerst ein given, Untertitelung. BR 2018 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 Jetzt machen sie sich für die schwierigste Figur bereit. Sie werden alle rückwärts aufeinander zulaufen, natürlich ohne sich zu berühren. Das heisst, so ist geplant und geübt. Mal schauen, ob es auch klappt. Funktioniert bestens. Und wenn es so gut gegangen ist, setzen sie noch einen drauf und die hintere Gruppe läuft direkt nochmal rückwärts aufeinander zu. Untertitelung. BR 2018 Das Loch Hill Marching Drill Team zusammen mit der New Zealand Army Band. Ein toller Auftritt, den die jungen Damen aufs Parkett, oder in unserem Fall müsste man vielleicht besser sagen, auf den Asphalt gelegt haben. Dafür üben sie übrigens das ganze Jahr durch, zweimal pro Woche. Untertitelung. BR 2018 Und sie haben gesagt, dass es ihnen wahnsinnig gefällt, dass sie mit einer Liveband auftreten können, weil normalerweise kommt ihre Musik ab Band oder ab CD. Etwas, was bei der nächsten Formation absolut undenkbar ist.